Wer kennt das nicht? Man hat gebaut, ist eingezogen und plötzlich stellt man fest, dass die Elektroanschlüsse, die Steckdosen und Lichtschalter nicht da sind, wo man sie braucht. Da hat man ihn, den Kabelsalat, zum Beispiel hinter der Hi-Fi-Anlage. Und die großen Lautsprecher stören das Ambiente. Ambientech macht Schluss damit. Er ist begeistert von Technik, sie steht auf Design. Was beide wollen? Sich wohlfühlen. Ambientech verbindet beides. Es ist ein Produktprogramm für stilvolles Design, hochwertige Technik, flexible Medienführung und elegante Innenraumgestaltung. Genakustik bietet die Lösungen für Menschen, die Technik genießen wollen, ohne sie sehen zu müssen. Ambientech besteht aus Ambientrack-Medienführungen, den Ambientart-Lichtelementen, die für stimmungsvolle indirekte Beleuchtung sorgen und Ambienton, den unsichtbaren Klangwänden. Lautsprecher, die man hört, aber nicht sieht, wie zum Beispiel neben dem LCD-Fernseher im Wohnzimmer. Ambientrack setzt klare Akzente, die Räumen eine stilvolle Eleganz verleihen. Kabel und Elektroleitungen verschwinden hinter edlen Blenden aus eluxiertem Aluminium oder in Edelstahloptik. Doch über die Raumgestaltung hinaus zeigt sich die Intelligenz des Systems in seiner Flexibilität. Ambientrack wandelt sich mit den Anforderungen an die Raumnutzung. Wenn zum Beispiel aus einem Kinderzimmer ein Homeoffice wird oder wenn man im Wohnzimmer plötzlich noch einen Computeranschluss benötigt. Inakustik präsentiert mit Ambientrack ein elegantes Kabelführungssystem. Strom- und Datenleitungen, Steckdosen, Schalter und Anschlüsse lassen sich flexibel positionieren und verlegen. Der Vorteil? Die Installation kann ohne aufwendiges Aufstemmen der Wand jederzeit geändert werden. Ob im privaten Wohnbereich oder in öffentlichen Gebäuden. Die Einsatzbereiche sind nahezu unbegrenzt. Wand- und Ecksäulen bieten Installationsraum für Steckdosen und Schalter, Bedienpanels, Leuchten, Multimedia-Anschlüsse, Lautsprecher und weitere Funktionsteile, wie zum Beispiel eine iPod-Docking-Station. Die Sockelleiste verbindet die Wand- und Ecksäulen miteinander. Der Geräteträger ist eine komplette Einheit für die Montage von zwei Anschlüssen, wie zum Beispiel Steckdose und Netzwerkdose. Werden die Anschlüsse an anderer Stelle benötigt, kann er ohne großen Aufwand versetzt werden. Die Aufputzmontage ist besonders für Renovierungs- und Sanierungsprojekte geeignet. Die Montage des Systems ist sehr simpel. Alle Ambientrack-Profile bestehen aus zwei Teilen. Einmal dem Grundprofil, das an der Wand befestigt wird, und der dazu passenden Blende. Das Nachrüsten neuer Technologien, die wir vielleicht heute auch noch gar nicht kennen, wird damit zum Kinderspiel. Es können auch jederzeit Kabel nachgerüstet werden oder neue Anschlüsse gesetzt werden. Und das in jedem beliebigen Ort. Beleuchtung wird immer mehr zum Einrichtungsfaktor und Stilelement. Ambientrack schafft mit einer Schattenfuge Raum für ein Lichtband mit modernster LED-Technik. Wenn direktes Licht zu grell ist und alles andere zu dunkel, erzeugt Ambientrack mit LED-Beleuchtung stimmungsvolles indirektes Licht in verschiedenen Farben. So sorgt Ambientrack für ein angenehmes Ambiente oder für dezente Orientierung in Fluren und Gängen. Das Ambientrack-LED-Lichtprogramm besteht aus LED-Bändern, die in die Schattenfugen der einzelnen Profile verlegt werden können. LED-Würfeln, die in verschiedenen Kombinationen an den Wand- und Ecksäulen platziert werden. Decken und Frontstrahlern Und der LED-Pendelleuchte, die zum Beispiel über dem Esstisch für angenehme und dezente Beleuchtung sorgt. Mit dem Ambientrack-Lichtkonzept können verschiedenste Lichtszenarien realisiert werden. Über einen Controller oder eine Fernbedienung kann man voreingestellte Farben abrufen, die persönliche Lieblingsfarbe mischen oder automatische Farbwechsel aktivieren. Ambientone sind Lautsprecher, die Räume mit Klängen erfüllen, die aus dem Nichts zu kommen scheinen. Keine sichtbaren Boxen stören das Ambiente. Große Flächen bieten sich an für gestalterische Freiheit und stilvolle Einrichtung. Ambientone ist ein Flachmembran-Lautsprecher, Durch die flache Bauweise des Lautsprechers ist auch ein Nachrüsten bei Umbau, Renovierung oder Sanierung jederzeit möglich. Er kann problemlos mit nahezu jedem handelsüblichen Verstärker betrieben werden. Der Einsatzbereich ist nahezu unbegrenzt, ob in öffentlichen Gebäuden oder im privaten Bereich. Von der klangstarken Heimkinoanlage über Multi-Room-Installationen in Küche, Bad, Wohnzimmer und anderen Wohnbereichen bis hin zu Konferenzräumen, Hotelanlagen, Restaurants, Geschäften oder Wellnessbereichen. Überall dort, wo Menschen durch Klang erreicht werden sollen und Akustikanlagen unauffällig dafür Rechnung tragen, ist Ambientone erste Wahl. Untertitelung des ZDF für funk, 2017